Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn die Videos hier gefallen würde ich mich über ein Abo freuen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video und schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich heute streamen werde und wann ich heute streamen werde. Es wird auch ein bisschen abhängig sein, ob heute noch ein neues Turnier angekündigt wird. Heute kommt nämlich auch das große 11.5 Update, wo wir vielleicht die Chaos Engine erwarten können, Live Event Files, dann für ein zweiwöchiges Event noch zusätzlich Sachen, Valentinstag, eine Menge Skins werden reinkommen. Dazu wird natürlich heute Nachmittag ein Video folgen. Ich würde sagen wir schauen uns jetzt allerdings den Item Shop an und wir haben jetzt nicht mehr das Frost Legend Paket drin. Das heißt, deutlich klein jetzt nur noch der Shop, wir haben nur noch das Wellenbrecher Paket. Ich denke mal zum Valentinstag wird dann eine Valentinstag Skin reinkommen. Wäre relativ logisch. Im normalen Shop haben wir den Arktika Skin, den Schneepatrouille Skin und die pinke Zacken Hacken Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes den Polarpatrouille Skin mit den Fischzapfen. Dann den Powercord, die Anarchie Hacke und den Stage Dive Gleiter. Dann haben wir den Ether Skin, die Taxifahrerin, den Flughafen. Dann den Tanzspagat. Und kleine Schritte als Fancy Mode oder Synchrony Mode. Und Jubelstimmung. Ich denke mal ab morgen werden dann auch wieder neue Skins reinkommen. Heute ist der Shop aber trotzdem eigentlich ganz in Ordnung. Besser als die letzten Tage. Ich hoffe, es hat dir dieses Video gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.